Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es wieder um die Digitaltechnik und zwar diesmal um Eingangsnegrationen. Wir hatten uns ja im letzten Video die Ausgangsnegrationen vom Baustein angeguckt und die haben ja auch immer einen eigenen Namen bekommen, nämlich NAND und NOAH. Und jetzt gucken wir uns mal die Eingangsnegrationen an, also auch Eingänge kann man negieren. Da habe ich immer wieder mit den Un-Gattern angefangen und es wird nur der obere Eingang negiert, weil diese spezielle Form hat dann auch einen Namen, nämlich Inhibition. Aber den nutzt man eigentlich nicht, aber falls ihr das mal hört, dann wisst ihr, aha, auch irgendwas mit Digitaltechnik zu tun und mit einem negierten Eingang. Und ich habe hier einfach mal wieder die Signale herangeschrieben, weil ich einmal gucken kann, was passiert. Und Eingang A ist jetzt also negiert, aber wenn hier eine Null ist, dann macht das nicht. Daraus eine Eins und umgekehrt, sodass wir bei den Signalen 0,0 jetzt hier eine Eins generieren, aber es reicht immer beim Unten natürlich noch nicht für eine Eins. Man braucht bei beiden Eingängen eine Eins, wird hier eine Null generiert. Bei einer Eins und einer Null noch einfacher. Die Eins, die das wird zur Null, habe ich 0,0, auch am Ausgang eine Null. Der dritte Fall wäre 0,1. Diese Null wird zur Eins, B hat auch eine Eins, also ist das der einzige Fall, oder bis jetzt, aber bleibt der einzige, wo am Ausgang auch eine Eins ist. Und wir haben 1,1, da wird die obere Eins hier zur Null gemacht. Und das reicht von unten natürlich auch wieder nicht, also eine Null. Und ich scroge mal ein bisschen, besonders, dass wir die Wertetabelle auch so sehen können. Man sieht jetzt, dass es quasi nur eine einzige Eins gibt. In jedem anderen Fall haben wir eine Null. Und dieses hier lohnt sich sehr gut, um irgendwas zu sperren. Also ein Und mit einem Eingang lohnt sich, oder kann man gut nutzen, um was zu sperren. Denn man könnte sagen, man nimmt diesen Eingang A. Das ist zum Beispiel, wenn irgendwas gerade rechts läuft, ein Motor zum Beispiel. Und wenn der rechts läuft, gibt er auf den Eingang A eine Eins. Also dieser Fall hier. Dann seht ihr, dann wird daraus immer eine Null gemacht und dieses Und-Gatter wird gesperrt. Hier auch. Hier liegt eine Eins am Ausgang, äh am Eingang A. Und es wird eine Null daraus gemacht, also gesperrt. Man kann also sagen, dieses Gatter kann überhaupt nur dann eine Eins generieren, wenn A keine Eins hat. Also A sperrt dieses Und. Und das ist auch ein Haupteinsatzbereich, wo man das hier so machen kann. Und dann muss zusätzlich natürlich auch noch B an sein. Also A darf nicht sein und B müsste sein. Da seht ihr, das ist nur der Fall hier. Also das lohnt sich echt, um Sachen zu sperren. Also zum Beispiel die gegenseitige Verriegelung von irgendwas. Wenn die eine Seite läuft, gebe ich das Ein-Signal hier negiert auf einen der beiden Eingänge. Und schwupps ist das Und gesperrt und ich kann nicht gleichzeitig in die andere Richtung fahren. Auch hier ist es so wie mit den Ausgangssignalen, dass man dieses Ganze nicht, das 4 nicht jedes Mal mitzeichnet. Sondern auch hier macht man einfach an den Eingang so einen runden Kringel, wie man es mal Ausgangssignal auch gemacht hat. Und dann ist das hier das Schaltzeichen. Dasselbe gucken wir uns jetzt nochmal an für ein Oder. Das ist eine Implikation dann. Auch hier wieder schnell durchgespielt. Also A ist negiert, genau wie oben. 0, 0 macht hier eine 1. 1, also logisch schon mal sagt hier auch eine 1. 1, 0 ist 0, 0 macht hier eine 0. Das ist jetzt der einzige Fall, wo eine 0 rauskommt. Denn immer eine 0 hier. Hier eine 1. Da eine 1 reicht dem Oder. Und hier ist 0 eine 1 und eine 1. Das macht hier jetzt mal eine 0. Aber auch diese 1 reicht natürlich dem Oder. Und auch hier kann man sich mal die Wertetabelle kurz anschauen. Und stellt fest, hier gibt es nur einmal eine 0. Also oben gab es nur einmal eine 1. Hier gibt es nur einmal eine 0. Und das eignet sich natürlich hervorragend, um zum Beispiel ein RS-Flipflop zurückzusetzen. Also es gibt nur eine Konstellation, wo das RS-Flipflop nicht zurückgesetzt wird. Nämlich genau die richtige. Es soll die Endlage oben und das und Motor schluss unten. Nur dann soll was passieren. Und sobald eine Variation abweicht, oder eine Variable abweicht, kommt sofort am Ausgang nach 1. Das seht ihr hier auch. Und das würde man dann nutzen können, zum Beispiel, um ein RS-Flipflop zurückzusetzen. Ja, also haben wir jetzt Eingangs- und Ausgangs-Situation abgefrühstückt. Und Tipps gab es auch noch, wofür man es nutzen kann quasi. Und ja, ich will nicht mal ganz kurz. Nee, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut mal wieder rein.